Alle um mich rum nehmen gerade ihr Leben in die Hand. Vielleicht wird's Zeit, dass ich endlich mal dasselbe mache. Womit? Ich hab meinen Campingbus. Ich hab meinen Führerschein. Ich hab meinen Traum von Irland. Ja. Ja, und hier gibt's doch eigentlich nichts mehr, was mich davon abhält, den zu verwirklichen. Du kommst ja gar nicht abwarten, hier wegzukommen. Wenn du sie jetzt gehen willst, dann siehst du sie vielleicht nie wieder. Ich... will einfach nur dabei sein. Wobei? Dabei. Verdammtes Arschloch! Lieses für Dreck! Giselle, du bist krank. Ernsthaft. Lass dich behandeln. Such dir einen Therapeuten. So schnell wirst du mich nicht los. Bald sind wir Paris, der Stadt der Liebe. Mhm. Was mich die Modeschule annimmt. Deine Mappe ist gut. Und... das geht wirklich heute noch raus nach Paris?